Die Internetzensurmaschine der EU Uploadfilter Leistungsschutzrecht Heiße Diskussionen Ein Sturm der Entrüstung Eine groß angelegte Lobbyschlacht Eine neue EU-Reform soll das Urheberrecht im Internet modernisieren und wird entlarvt. Was nach mehr Rechten und Entlöhnung im Internet für Künstler, Medienverlage und Urheber aller Art aussieht, entpuppt sich als nächster Schritt in die totale Kontrolle des Internets. Kla.TV fasst nachfolgend die Ereignisse zusammen. Bleiben Sie dran! Erstens, was sich hinter der EU-Urheberrechtsreform und Begriffen wie Uploadfilter und Leistungsschutzrecht verbirgt. Die Auflagen und Werbeeinnahmen der größten Medienverlage wie Axel Springer, ARD, Bertelsmann und Co. sinken seit Jahren. Zeitgleich nimmt das Interesse an freien Medien täglich zu. Mit nur wenigen Mausklicks sind alternative Meinungen, unabhängige Zeugenberichte, freie Expertenstimmen aus aller Welt und so weiter im Netz verbreitet und werden millionenfach abgerufen. Ein echter Grund für Medienverleger und die EU-Politik, sich Sorgen zu machen. So scheint es zumindest. Denn kurz nach Durchsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung die freie Medien massiv einschränkte, zückte die EU schon die nächste netzpolitische Reform. Der neue EU-Gesetzesentwurf soll vorgeblich das Urheberrecht in der Europäischen Union modernisieren. Die Werbeerlöse im Internet sollen nicht nur die Kassen der großen IT-Konzerne klingeln lassen, sondern Künstler, Journalisten und alle Kreativen für ihre Leistungen auszahlen. Dass dies nur als Vorwand für höhere Ziele dienen soll, zeigen unter anderem Artikel 11 und 13 der Reform. Artikel 11. Leistungsschutzrecht. Jeder, der journalistische Inhalte teilt, braucht eine Lizenz vom Herausgeber. Wer diese nicht hat, kann den Inhalt nicht legal teilen. Dies wird auch Leistungsschutzrecht oder Linksteuer genannt. Zusammenfassend möchten die großen Verlage wie Axel Springer und Co. von allen Anbietern bezahlt werden, die ihre Publikationen verlinken. In Suchmaschinen und Online-Plattformen wie beispielsweise Google und Facebook werden Links mit Titel- und kurzen Textausschnitten von Presseberichten angezeigt, die urheberrechtlichen Schutz verdient hätten. Diese journalistische Leistung müsse geschützt werden. Sonst würden sich Internetplattformen den Inhalt der Medien klauen und damit Geld verdienen. Argumentieren Verlegerlobby und federführende Politiker. Internetaktivisten warnen. Mit der Durchsetzung des sogenannten Leistungsschutzrechts werde das Verlinken und Teilen von Inhalten im Internet monopolisiert, erschwert und letztlich verhindert. Weiter drohe mit Einführung einer Linksteuer der Abschied der Informationsfreiheit im Internet. Das Leistungsschutzrecht ist Lobbyismus pur und verdeutlicht die enge Verquickung zwischen den deutschen Verlagen und der EU-Politik. Artikel 13 Upload-Filter Internetplattformen müssen Uploads der Nutzer auf Verstöße gegen das Copyright, Urheberrecht filtern. Dies wird auch Upload-Filter genannt. Nach Artikel 13 müssten Internetplattformen zukünftig jeden Upload, also jeden Textausschnitt, Bild, Ton oder Filmdatei, die sie im Internet veröffentlichen möchten, mit einer kostenpflichtigen Datenbank abgleichen, um festzustellen, ob es sich um urheberrechtlich geschützte Inhalte handeln könnte. Unter dem Deckmantel des Urheberrechts wird hier eine Internetzensurmaschine aufgebaut, die darüber entscheidet, was im Internet veröffentlicht werden darf und was nicht. Die gesetzliche Verankerung, dass jede Publikation vor deren Veröffentlichung durch einen Filter genehmigt werden muss, der von Regierung und Unternehmen definiert wird, bedeutet das Ende der Meinungsfreiheit im Netz. Online-Plattformen, die sich den Zugang zur kostenpflichtigen Datenbank nicht leisten können oder sämtliche Inhalte ihrer Nutzer nicht von einem Drittanbieter durchleuchten lassen möchten, sind im Vorhinein disqualifiziert. Wohin solche Hochladefilter bereits in den Ansätzen führen, demonstriert in diesen Tagen ein vergleichbares Content-ID-System von YouTube. Systemkritische Beiträge auf YouTube werden aufgrund angeblicher Copyright-Verletzungen in Massen zensiert. Und sind bereits heute aus dem sogenannten freien Internet gelöscht. Weiter ist die technische Fehlerrate solch automatischer Algorithmen hoch und das System kann einfach missbraucht werden. Nutzer, deren Inhalte böswillig von einem anderen Nutzer als urheberrechtlich geschützt deklariert wurden, müssten den Rechtsweg bestreiten und klagen, um ihre eigenen Inhalte wieder nutzen zu können. Zweitens. Das wurde bisher im EU-Parlament entschieden. Am 20. Juni 2018 stimmte der EU-Rechtsausschuss Ja für die Urheberrechtsreform und die damit verbundenen Uploadfilter und das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Die Reform wurde zur Abstimmung im EU-Parlament freigegeben. Auf den Entscheid des EU-Rechtsausschusses folgte eine Welle der Empörung bei Internetaktivisten und diversen Organisationen. Sie riefen dazu auf, EU-Abgeordnete anzuschreiben und zur Ablehnung der Reform zu bewegen. Sogar Kinder von EU-Abgeordneten seien angerufen worden. Eine Online-Petition gegen diese EU-Zensurmaschine erreichte in Kürze über 700.000 Unterschriften. Am 5. Juli 2018 wurde durch den Entscheid des EU-Parlaments die Reform vorläufig gebremst, aber nicht gestoppt. Die Mehrheit der Abgeordneten sah aufgrund des massiven Widerstandes aus der Bevölkerung Nachbesserungsbedarf an der EU-Reform. Am 12. September 2018 wird über einzelne Änderungen der Vorlage abgestimmt. Trotz eines Teilerfolges durch breite Aufklärung der Bürger bleibt abzuwarten, inwiefern einzelne Nachbesserungen die geplante EU-Zensurmaschine und Linksteuer aufhalten können. EU-Politiker Axel Voss, der maßgeblich an der Ausarbeitung der Reformvorschläge beteiligt war, wirft Gegnern der Urheberrechtsreform die Verbreitung von Fake News vor und beschönigt die Sachlage. Diese schöne Fake News-Kampagne, die da im Moment von den großen Plattformen betrieben wird, mit diesen Schlagworten Zensurmaschine oder Uploadfilter oder wie auch immer. Das, was wir jetzt hier versuchen, ist, die Erkennungssoftware von urheberrechtlich geschützten Werken irgendwie zugrunde zu legen. Zur Erklärung. Der Begriff Erkennungssoftware ist eine verharmlosende Beschreibung für Uploadfilter. Als würde man etwa eine Atombombe als Einwegreaktor bezeichnen. Drittens. So wird Internetzensur in der heutigen Zeit umgesetzt. Eine bekannte Parabel besagt, wirft man einen Frosch in zu heißes Wasser, springt er sogleich heraus. Setzt man einen Frosch aber in einen Topf mit lauwarmen Wasser, bleibt er darin sitzen, auch wenn man das Wasser ganz langsam bis zum Siedepunkt und somit bis zu seinem Tod erhitzt. Schleichende Internet-Lizenzgebühren, Datenschutzverordnungen, Uploadfilter, Leistungsschutzrecht und so weiter treiben die Hitze im EU-Kessel für jeden unabhängigen Informanten schleichend in Richtung Siedepunkt. Eine offenkundige Blockierung von systemkritischen Internetseiten durch Regierungsstellen scheint zu guter Letzt gar nicht mehr notwendig. Denn mit zunehmend untragbaren Auflagen, Regulierungen und Unkosten im Internet verstummen aufklärende Stimmen schrittweise und scheinbar ganz von selbst. Haben die EU-Köche mit einer planmäßigen Einführung von Uploadfilter und einer Linksteuer und dies während der Fußball-WM den EU-Kessel zu schnell erhitzt? Es bleibt zu beobachten, welche Zwischenstufen geplant werden, um schließlich dasselbe Ziel zu erreichen. Bleiben Sie aktiv, die Völker erwachen und sind nicht mehr bereit, in gutgläubigem Vertrauen Verordnungen von Politikern umzusetzen, die Informations- und Meinungsfreiheit schleichend den Todesstoß geben. Fazit Der unverkennbare Schulterschluss von EU-Politik und Medienunternehmen gegen die Informationsfreiheit im Internet bedarf eines unübersehbaren Schulterschlusses von Volk und freien Medien für die Informationsfreiheit. Schauen Sie daher Ihren Politikern und Medienmogulen auf die Finger. Wir tun es auch. KLA-TV – Ihre Nummer 1 der unzensierten Berichterstattung Frei – Unabhängig – Unzensiert Musik – Un Mythicalclockwise – Un attitudes – Unու Jenna – Un patch – Un verb diarrs – Un hilf 보여드� own – Un nodig – Un glaublig – Un underworld